Ach, wo ist er denn noch? Ja, rüber. Der hetzt uns von nahe nach weh. Ja, natürlich, du kommst ja noch nicht so... Wir haben den Kopfgeldjäger. ... als Held und Schurken. Oh, nur weil der am meisten Punkte hatte? Nee. Ach man, schade. Ich dachte, ich darf jetzt sein, weil ich ihn getötet habe. Die haben den Modi geändert. Ich glaube, das geht jetzt schon nach hinten. Was, schon so schnell? Huch. Ja, ich... Ich werde nicht viele Punkte bekommen, definitiv nicht. Alter, wie soll der von den Kings wegschießen? Palkatin ist hier. Ich habe die Gesichtspotage fallen. Palkatin ist hier. Ja. Der Modus ist halt nur interessant als Held oder Schurke. Naja. Naja. Naja, ich bin... Alter, immer wenn ich den ersten Abend auftauche, ist der schon tot. Oh, da komme ich mit meinen 42 Punkten aber nicht weit. Ach, Vader. Haltet die Augen nach Darth Vader auf. Er wurde in der Nähe eurer Position gesichert. Da geht es ja. Wie geht es dann... Nein! Der Khal ist im험. Allo bei 0. Hehe. Ja klar. Ver wandern! Ich hab nichts bekommen Was hat er nicht? Ich bin nicht Ich bin nicht beaheimt, was ich ja nicht gesagt ich habe mal 300 sein vorsichtig ja der rot natürlich wie gesagt als zelt oder schocker hat sich alles weg du musst halt auf den gegner schießen weil dann kriegst du erst punkte das sind die punkte die ich habe glaube ich getroffen raum ist mein teil ja das ist ja das will man alle da lang stiefeln Typzu выд tentemarsch Eigentlich einfach denn Motorrad Ich werfe das Ding in den gang rein, kommt wieder zurück und töte mich noch nicht jetzt. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich selbst getötet. Oh, schade. Hey, 46 Punkte. Mal hin. Aber gut. Hey, ich rutsche mal höher. So. Boah, Alter. Der Kollege hängt ja auch gut. Das war ich. Das ist mühle Mädchen. Ja, das war ich. Ich bin halt gestorben gerade. Ja, das ist zu mühle. Krass, Alter. Du kommst gar nicht vor Ort. Du bist nur noch im Hintergrund. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ich habe gar nichts getroffen. Ich bleib bei den 46 Punkten stehen, die ich habe. Ja, ich bin auch wieder runtergerutscht jetzt. Ich bin mal runter. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Seid vorsichtig, ergeblich ist der trandoschanische Kopfgeldjäger in Eurotzone. Gut. Hm? Gut. Was denn? Ist es Sache, ist es ein bisschen gerade low. Weil man kriegt nichts, ich treffe dich nicht und... Hallo Droide von rechts. Dann die andere Richtung. Ey, was ist da los? Also jetzt ist gerade... Da ist der Imperator. Puh. Feuer drauf. Punkte machen. Also einer hat ihn aber... Alter, schon wieder tot. Ich habe keinen Punkt bekommen dafür. Ich habe den doch erwischt. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl. Ich habe immer es getroffen, wenn wir es getroffen haben. Ja, ja, ich habe da noch eine Granate geöffnet. Das habt ihr ja nicht vermischt. Und habe dafür keine Punkte gekriegt. Jetzt werden aber auch immer die gleichen Spieler. Das ist das. Ja, das ist ein bisschen traurig. Die haben die Regeln geändert. Früher war das anders. Früher war das mehr, wo, als er den Gegner getötet hat, der ist dann der Feind geworden. Ich habe was da hin. Ich habe jetzt ein paar Punkte bekommen. Niederlage. Ja, okay, klar. Ja, ich... Vier Punkte für... Was? Der hat mir gerade 50, 50, 50, 50 angezahlt. Und ich kriege vier Punkte für so einen Scheiß. Bei wie viel sind wir denn? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Hm? Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Ich habe es nicht mehr auf dem Schirm. Jetzt gerade wieder bei 56. Okay. Also machen wir noch ein Gründchen und so. Ja, das soll jetzt gut sein. Ich hoffe, du bist jetzt nicht wieder rausgegangen. Nein. Gut. Elkinder hat Rebellenbasis. Ich habe ein richtig schlechtes Gefühl bei der Sache. So. Wer hat das jetzt gerade gesagt? Was denn? Mach mal jemand das Fenster auf. Ich? Das wäre gerade so im Hintergrund irgendwo flüstern. Mach mal jemand die Tür auf. Alter, die Drecksack hat nur gewartet. Und er steht irgendwo hinter der Tür und metzelt einfach alle weg. Das ist so. Das ist so ein richtiger Drecksack. Ja, kein Wunder, dass er so viele Dings hat. Ja, ich habe gesehen. Ich habe, glaube ich, ein bisschen... Was? Ich habe mich erwischt. Alter, was sind das für Punktesysteme? Ja, sorry, aber das verstehe ich gerade. Ihr habt ihn erwischt auf jeden Fall. Boah, das gibt's so nicht. Ja, ja. Der abgelenkter Schuss, weiß ich. Ich habe meinen eigenen Schuss wieder abgekriegt. Ja, ja. Außerdem verbarrikadiert er es sich da unten in diesem Schachter drin. Wenn wir uns absprechen könnten, müsste man den Abfallseizkart verhungern lassen. Endo, endo! Au! Ja, ich... Ja... Was ist das für ein Typ? Nee. Das ist ein richtiger Assi. Naja. Der kommt aber auch nicht da raus, ne? Naja, wie gesagt, der verbaut sich da. Du hattest es aus meiner Freunde abgesehen! Ja, genau. Ich habe ihn zwar ein bisschen angeschossen, aber nicht wirklich. Naja, der ist von 60% auf 52 Runde. Ja, dann habe ich ihn doch ein bisschen erwischt. Also ich habe jetzt, äh, ich bin zweite aktuell in der Liste. Und wir kriegen 50 Punkten. Ja, der ist wieder bei 91, ne? Ja, der hat wieder volles Leben. Ja, der ist wie ich ... Ja, der kriegt über Granat ab. Er hat so ein bisschen über mich. Er hat dann nicht so, du, du geht's weiter. Ich habe ihn auch viel zu gut bekommen. Mann, was ist das für ein Scheiß, ey. Ja. Ja, ich bin gleich durch. Ja, super. Achtung, von rechts bis hier kommen. Das ist gut. Jetzt sind wir wieder da durch. Also hier ist er zumindest rein. Ja, da ist er dahinten versteckt. Ja, er steht nicht in der Ecke und wartet, du bist da mal. Ja, ich sag's doch, das ist ein richtiger Drecktag. Dann läuft der mit dem gezogenen Messer mit dem gezogenen Lichtschwert durch. Es ist auch kein Wunder, dass der jetzt 42 Punkte im ARS, ja hier, 43 Kills kommt. Und wir rennen natürlich wie Ratten einfach die ganze Zeit rein, weißt du? Ja, was bringt das denn sonst? Ja, klar. 28 hat er also noch. Ja, aber der füllt sich ja gleich wieder auf mit dem Leben. Da drin ist irgendwo ein Lebensgenerator für ihn. Guck mal, der gewinnt gleich. Der fehlen nur noch zwei Punkte, weil 50 hört nämlich das Spiel auf. Ja, soll man ihm geben und dann ist es durch. Das macht's irgendwo... Keine Ahnung. Das macht grad keinen Spaß. Nee, das ist echt Arschloch. Also, sorry, wenn jemand helfen sollte, dann würde ich auch mit in die Gruppe reingehen, aber... Mit jetzt die ganze Seite am Kämpfen da hinten, weil der ist nur noch am Kämpfen. Ah, super. Ja, super. 4% Leben. Das hat er echt super gehört, das kann aber Wahnsinn. Ja, das ist gerade extrem. Das hat er toll gemacht, Kollege. Mhm, das hat doch super können, ja. Soll er sich drauf heinen, ne? Ja. Wenn er sich besser kann, dann so nach und so machen. Naja, drück mal Kreis, gehen raus, alle. Ja. 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 Dann schauen wir, was das nächste Mal was bringt. Oder? Ja. 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 In der Hinsicht, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und der Typ ist einfach ein Arschloch. Ja, ganz meiner Meinung. Tschüss. Ciao, ciao.